Musik Die Altner-Bevölkerung, ob sie den Schützfest feiern wollen. Und genau das, genau das, das weiß ich jetzt auch. Liebe Schützen, liebe Altner, wollt ihr nächstes Jahr Schützfest feiern? Ja! Das Saueland hat mein Herz mit mir, das Saueland! Die Altner-Bevölkerung, ob sie den Schützfest feiern. Ich begrüße euch alle hier zur ersten Sitzung im neuen Schützfestjahr 2015. Herzlichen Grüßen, Thomas Becker, wo bist du da? Ich bin glücklich am Allsatz der Prinz Philipp, auch aus der gleichen Kompanie. Schön, dass du da bist. Prinz Philipp, was gibt's Neues von der Königin? Okay, bis zuvor wünsche ich uns heute Abend viel Spaß und den Rest wisst ihr ja. Ich heiße Kuba, bin auch 19, 40 Jahre jung. Kuba ist der Brachtenberg, lebt in der Brachtenberg, wird wahrscheinlich auch das sterben. Röhrt euch, klappt ja nun der Bar. Zur Musik im Blechschritt, Marsch! Erst zurück im Uhrzeigersinn. ... Das war's! Das war's! Das hat mir wirklich gesagt. Weiter, weiter, machen! Oh, 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 oh! Riva, riva, ganz gut! Riva, riva! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, wir haben unsere Kronen hier alle auf den Anhänger geladen. Die sollen ja nicht auf der Erde stehen, warum hängen die alle? Und werden jetzt von hier aus verteilt in die... Wir sind Kompany Kellermd und das ist unser Chef und der bekommt eine Kohle. Das ist so wenig groß. Genau. Applaus Applaus Okay Ja, wir sind hier auf der Burg Altena. Das wird Ihnen auch bekannt sein. Und heute ist für die Friedrich-Ferbs-Gesellschaft, die Schützen-Gesellschaft in dieser Stadt, der Auftakt der Schützenfestes. Das ist der beste Kaffee in Europa, auf jeden Fall. Einladung für den heutigen Tag. Schmeckt Ihnen der Kaffee heute? Der Kaffee-Dirkel ist vor allem am meisten. Wir brauchen nur einen neuen König. Ohne Königin ist viel wichtiger wie der König, weil er schöner ist. Wer wird Schützenkönig? Der beste Schützenkönig. Wer ist lachbar? Wer ist lachbar? Wer ist lachbar? Wer ist lachbar? Wer sind das? Wer ist lachbar? Ja, ich freue mich. Wer ist lachbar? Danke. Musik Ich fange mal so an, wie ich 2006 auch angefangen habe. Zack, Schütze! Geht doch. Ihr gebt hier ein fantastisches Bild ab. Wenn man hier oben steht, ich kann euch sagen, es ist ein Genuss, das zu sehen. Ganz toll, wie ihr hier steht mit den Eichenstäben bzw. unser Gewehr. Ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank, dass ihr das alles so mitmacht. Bleib bei der Werke. Bleib bei der Werke. Über! Reichtum! Zwoordig in Brechstedt! Marsch! Los! 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 kolMa! Jetzt Asch! Örl, doch! Pass auf, pass auf! Jetzt CDs! Morgen! Durch! Achso! Natürlich, danke! Dein Blick hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht Atemlos, einfach raus, deine Augen ziehen plan Lionel Atemlos L glance,وتost! Es wird nicht mehr leid, bin ich an mein Vater Das ist ganz schön. Tschüss, wir haben einen neuen Köln. Wir haben einen neuen Köln. Willkommen aus der Metschlichter. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen euch wieder hier im Zelt mit Metschlichter. Kommt an die Nette und Mühlendorf, stillgestanden! Liebe Mühlendorfer, liebe Nette Rade, wir haben eine neue Königin und die kommt aus dem Mühlendorf! Auf unsere Königin Katja ein dreifaches Bad! 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 Liebe Katja, wenn es einen Namen für die FPG, für die grüne Gesellschaft gibt, dann ist das Grabowski und du bist ganz toll da drin und ich freue mich für dich, ich freue mich auch für dich und auf ein schönes Schützefest! Bad! 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 auch schon gesagt. Ihr wart ein tolles Königspaar. Vielen, vielen Dank für eure viele Mühe, für eure viele Freizeit hier in Wolfsburg, für die Friedrich-Federheds-Gesellschaft und nicht zuletzt auch somit für die Stadt Altenahr. Ein ganz besonderer Applaus nochmal für die König-Wild. Da bei der Königs-Proklamation der ein oder andere vielleicht schon zu Hause war, wollte euch jetzt mal eben sagen, mit wem wir uns gar nichts zu tun haben. Unser König Martin Schröder kommt aus der Kompagninette. Liebe Schützen, liebe Bürgeralternat, wir haben eine neue Königin und die kommt aus dem Mühlenburg. Ein wunderschönen guten Abend hier heute Abend auf dem Schützenfest 2015. Wir möchten ganz gerne mit Ihnen tanzen, singen und... Aber mildere Gänschaft muss ja nicht heißen, dass wir nicht heute Abend trotzdem ordentlich feiern können. Von daher lasst uns zumindest übertragenen Sinn heute Abend versuchen, das Zelt abzureißen. Ich verspreche euch die Mähdere Gänschaft, Katja glaube ich auch, auf unsere Heimatstadt Altenahr und diese Friedrich-Federheds-Gesellschaft. Ein dreimal kräftiges PORT! 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 PORT!